Moin Moin aus Hamburg, hallo und herzlich willkommen. Die ersten Sommertage sind da und vielleicht haben Sie Lust, dieses Jahr den Sommer schlanker und fitter zu genießen. Und wenn dem so sein sollte, dann habe ich heute eine tolle Information für Sie. Mein Name ist Dirk Schulz-Rutenberg, ich bin Arzt und Ernährungsmediziner und Spezialist für gesundes und erfolgreiches Abnehmen. Und wir haben einen Online-Ernährungskurs entwickelt, den Lieberleichter-Umsetzungskurs. Das ist ein Trainingsprogramm, wo ich Sie persönlich begleite in Form eines Online-Kurses, gepaart mit wöchentlichem Live-Webinar-Training, sodass Sie wirklich in die Handlung kommen, sodass Sie wirklich auch umsetzen und spürbar Ihre Fitness, Ihre Figur und auch Ihre Gesundheit verbessern können. Ich bin Arzt mit eigener Praxis in Hamburg und bin spezialisiert dabei, Menschen zu beraten und zu betreuen und zu coachen, wenn es darum geht, gesünder zu essen, abzunehmen und einfach fitter zu werden. Und wenn das ganze Thema für Sie interessant ist und Sie Lust haben, dieses Jahr wirklich ins Handeln zu kommen und wirklich effektiv was umzusetzen, dann gucken Sie sich doch mal unseren Intensiv-Ernährungskurs an. Informationen finden Sie unter www.lieberleichter.de www.lieberleichter.de Und wenn Sie Lust haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie bei unserem Online-Kurs dabei sind. Wie gesagt, wir beschäftigen uns nicht mit unnötig viel Theorie, sondern es geht darum, dass Sie umsetzen, dass Sie machen. Ich zeige Ihnen die wichtigsten und effektivsten Strategien. Das ist letztendlich die Erfahrung aus fast 20 Jahren Ernährungsmedizin und Ernährungsberatung. Und ich unterstütze Sie dabei, dass Sie wirklich sich neue Gewohnheiten antrainieren. Denn die neuen, schlankeren Gewohnheiten, das ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Und wir haben diesen Kurs schon mehrfach absolviert und wir wissen aufgrund der bisherigen Teilnehmer, dass das Konzept funktioniert. Wir haben super Rückmeldungen, ganz tolle Bewertungen für diesen Online-Kurs. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie dabei sind. Herzliche Grüße, bis bald. Tschüss. Herzliche Grüße, bis bald. Tschüss.